Hast du alle mit dir neue Brutmaschinen sehen? Nee, hast du was Neues? Ich will Kükenmucken. Ja? Ja. Du bist auch kein Kükenhöhner oder was? Drei die mal um. Kipp mal. Ach, du bist auch was dösig. Das ist doch eine Heizung. Genau. Was schnackst du für das Gefühl? Du bist auch der Heizung dreig ab. Ja. Dann wird das warm. Geiler. Und nach 30 Tagen kommen da Küken raus. Kommt da Küken rum? Ja. Ach du, du wirst doch mal dürfen sie. Das geht doch gar nicht. Was hast du denn Muck heute? Ja, ich bin auf dem Feld gewesen. Aber ich hab auch immer so gebeten das. Wieso? Ja. Hast du denn noch einen Beier? So einen Bull oder eine Büchse oder was? Ich weiß. In der Aufstellkammer. Oben auf dem Regal. Da staut eine Büchse. Ja. Ja. Das ist auch gut. Ich glaub, das ist auch gut. Ich glaub, das ist auch gut. Ja. Kann ich dich mal holen? Ja, ich hol ihn mal her. Und wenn du ein Dorf hättest, ne? Ja, ich hab nur so ein Dorf. Ich bin gar nicht da auf dem Feld wegen. Und der wird nicht gekriegen. Ich geh mal. Ich geh mal. Ich geh mal. Ich geh mal. Ich geh mal her. Ich geh mal her. Ich geh mal her. Das ist die Familie für. Bär drin. Koffie Bär in? Nee, Tass Bär in? Ich hole nur Koffee in. Das ist eine Tasse. Die haben Koffee da. Tasse-Bäer. Koffee da. Nee, Tasse-Bäer. Tasse-Bäer gibt es nicht. Gefallen die das nicht? Ich hab nur noch Koffee. Wollt du jetzt einen Bäer trinken, was wolle du? Ja, dann muck mal. Also, da der doch. Also, Tasse-Bäer. Gut. Schau dir jetzt Bäer holen. Ja, dann hol mir Bäer. Hier. Ja, hab ich noch gefunden. Ja. Die hätte Olga. Versteckt. Die hätte verstecken? Jo. Und die hast du noch gefunden? Jo. Ich bin ja nicht doof. Hab ich gesehen. Gut. Der ist aber auch schon beten was, oder? Och. Beten, ja. Was ist da denn da? Fiefter Väter 89. Jo und. Och, ob du nicht noch schmeckt? Och. Men es schmeckt nicht? Nee. Kann ich besser trinken? Nee, ich glaube ich, ich drinkt Bruce. Nee, ich weiß was. Ja. Wenn du nicht besser trinken, wollte, gå zu Bett. Wat? Du sollst mit Bett? Ja. Hallo, was hast du denn vor? Ich feld zu Bett. Ja, wo du nicht in die Koma hier? Das ist ein Utrecht. Jo, du kannst den ordentlich hoch. Och. Nee. Ja. 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 Ich will das doch kein Führholz. Wenn du hier muckst. Ja. Ich schalte. Führholzmucken für den Obi und Haptics. Hintas, du bist durchgekommen bist du. Was hast du mit dem Dorf, Junge? Bullshit. Fuck. Verdammt. Hintas. 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 Hintas.